Jetzt dürfen wir nicht mehr sterben. Oh, hinter uns. Ja, komm, wir müssen den irgendwie raushauen. Jawohl. Sehr schön. Der hat den Eisenschwert. Ich habe den Eisenschwert verzaubert. Was, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Heyo, Minecraft-Freunde. Willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Minewar. Wir spielen heute zusammen mit Crafting Pat. Hallöchen. Hallo, Rommel. So, ich hol mir schon mal hier mein Equipment. Ich habe schon gerade Pat gesagt vor der Runde, dass ich probiere, in dieser Runde möglichst lange zu überleben, ohne zu sterben. Das werde ich eh nicht schaffen. Aber ich gebe mein Bestes so. Doch, das schaffen wir. Schaffen wir. Gucken wir schon hin. Ich habe schon ein Stack-Pfeile. Wir sind Team Grün. Immer schön merken, welches Team man ist. Dann kommt man da nicht durcheinander. Da vorne ist einer aus Team Rot. Okay, vielleicht sollten wir sogar zusammenbleiben. Ich weiß nicht. Bei dem ist das ziemlich gut, glaube ich. Ja, wenn ich dich wieder sehe, dann... Ich bin in der Nähe von der Mitte. Mann, der Typ hier klappt mir alle Kills von der Nase weg. Ah, und okay, wir gehen hier auch als Team hier vor. Oh, ich darf nicht so nah an deren Spawner haben. Da muss ich immer viele Goldäpfel kaufen. Das ist, glaube ich, recht wichtig, würde ich sagen, im Shop. Dafür muss ich... Ah, da bist du. Ich bin hier bei dir in der Nähe. Ah, hier, warte. Ich kann dir mal sogar Goldäpfel abgeben. Da kommt einer. Achtung. Der Rote, meinst du? Und nicht sparen mit den Goldäpfeln. Oh, nicht sparen, nicht sparen. Ja, ich werde gleich... Oh, okay, gestoppen. Aber macht noch gar nichts, weil ich noch nicht mal einen Kill bis jetzt hatte. Ich bin auch gestoppen. Echt? Okay, dann müssen wir uns nochmal neu equipen. Ja, da kamen auch gerade die ganzen Blauen noch dazu. Genau. Das geht relativ laut. Die Sache ist halt, dass man ziemlich viele Herzen verliert. Ach, da ist schon jemand mit einem Flammenschwert. Was? Ach so, ja, gut. Mit einem Verbrennungsschwert, ey. Manchmal bekommt man ja schon durch ein Level in der Mitte direkt Verbrennung auf das Schwert. Ja, genau. Ist ja immer so ein wenig Zufall. Das ist ja ein bisschen Glück. Aber das ist echt krass, wie viel Schaden man teilweise bekommt. Da muss man echt vorsichtig sein im Kampf. Auf jeden Fall. Darf sich da nicht überschätzen. Ja, ja, da war auch gerade wieder einer. Oh, das ist mein Teampartner. Da hole ich einfach auf den Teampartner rauf. So, ich töte jetzt hier einen. Und da ist der Kill. Sehr schön. Und da kommt sein roter Kollege. Arrowgun. Genau, das meinte ich. Arrowgun, genau. Okay. Oh, einer aus unserem Team hat auch eine Arrowgun. Der hat gerade schön... Ja, der hat gerade... Oh. Aber irgendwie erwische ich hier niemanden. Das gibt es noch gar nicht. Okay. Ich habe echt Pech gerade. Ich halte mich momentan auch ein bisschen zurück, muss ich sagen. Ich habe jetzt 5 Volt erfüllt. Endlich habe ich einen Kill, aber direkt gestorben. Mist. Sehr schön. Ne, das ist nicht schön. Ich dachte, du hast das überlebt. Ne. Oh, weia. Und es kommt... Russland-LP. Oh, der wurde von mir. Der wurde mir geklaut. Das ist echt krass, wenn man dann mit so einem Schwert angegriffen wird, das irgendwie Verbrennung hat oder sowas. Oh ja, ich gehe jetzt mal ein wenig am Rand entlang und versuche mal hier so die Gegner so ein wenig einzeln zu bekommen. Mhm. Oh, der hat die goldenen Äpfel. Dankeschön für die goldenen Äpfel. Gut, dass man die Items immer von den anderen bekommt, wenn man die wirklich tötet. Dann kann man auf jeden Fall ein bisschen was rausholen. Oh, sehr schön. Der erste Kill. Und noch ein Kill. Jetzt läuft langsam. Ich werde warm. Man muss hier am besten immer Goldäpfel kaufen. Also ich kaufe mir die ganze Zeit Goldäpfel. Ja, die sind schon echt stark. Man fehlt jetzt so viele Herzen. Oh, ich komme jetzt zurück. Ich komme mal, wenn es geht. Warte, den hole ich mir. Den hole ich mir. Okay. Jawohl, der... Der kommt... Oh, ich habe Eisenschwert bekommen. Cool. Der kommt hier die ganze Zeit an. Ah. Der möchte mich bekommen. Aber ich glaube, jetzt, wo du dazugekommen bist... Genau, du darfst nicht zu nah ran, wegen dem Spawnschutz. Ach, stimmt ja. Musst du aufpassen, sonst killen die dich einfach. Der eine bleibt mir von der Base stehen. Ich kann den mit dem Bogen angreifen. Echt? Dann holen die dir. Oh. Da sollte er jetzt jeden Moment down sein. Oh, da ist er down. Nice. Ich laufe gerade ein wenig weiter zu Team Blau. Wo war er? So, kill. Ich habe einen Kill. Oh. Aua. Der eine hat einen heftigen Bogen. Oh, ich habe auch Eisenschwert bekommen. Ich werde hier von Leuten mit einem Bogen abgeballert. Die sind schon heftig... Oh, Mist. Ich bin gestorben. Nein. Ah, schade. Nein, das kann meine Kill werden. Nein, ich bin gestorben. Hallo, Mist. Man hat voll... Ach, moin. Ich bin auch gerade gestorben. Willkommen bei den Toten. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal in die Mitte und hole mir dann... Ich habe jetzt vier Level. Statt den goldenen Äpfeln hole ich mir mal eine schöne Verzauberung auf mein Schwert. Obwohl, das mache ich dann, wenn ich ein Eisenschwert bekomme. Ja, genau. Das ist, glaube ich, besser. Aber man, man hat voll den Reiz, mal weiterzukommen, finde ich. Ja, aber richtig. Ich helfe dir, ich helfe dir, oder? Ja, hole sie dir einfach beide jetzt. Wenn du das schaffst. Ja, ich habe beide. Nice. Und ich habe sogar noch das Eisenschwert bekommen von dem Kollegen. Oh, der hat einen Arrowgun. Sehr schön. So, und der ist hier gerade bei uns. Da war gerade einer bei uns am Spawn. Der hatte nicht mitbedacht, dass wir noch Spawnschutz haben. Der habe ich mir geholfen. Was kann ich mir denn diese kaufen? Drei Granaten? Fireflower? Die Fireflower verschießt so Feuerkugeln, die... Wenn die Gegner treffen, so explodieren. Oh, bist du das gerade gewesen? Und jetzt, boom. Boom. Erlebt noch. Oh, der sollte an uns sein. Hol dir den, hol dir den. Komm, ein Pfeil noch. Jawohl. Sehr schön. Okay. Sechs Level. Ich werde dann erstmal meinen Bogen verzaubern, glaube ich. Weil der Bogen kann ja auch einiges raus sein. Oh, guck mal hier, die Herzen. Wir führen aber, ne? Unser Team Grün ist gerade noch, laut Scoreboard, weit vorne. Ja, ich sehe schon. Das ist richtig gut. Oh, Sniperarchiv mitbekommen, weil ich ihn aus der Distanz getroffen habe. Ist er down? Was? Er ist down. Ich finde keine Gegner. Wo sind denn die ganzen Gegner? Oh, bei mir ist einer. Das verstehe ich gar nicht. Ah, da. Und? Hä? Hä? Ja, kann man das Eisenschwert nicht immer von anderen aufheben, weil ich habe das jetzt weggeschmissen und ich kann das irgendwie nicht mehr aufheben. Oh, Leute. Warte, warte, warte. Ich kann gerade nicht. Oh, ich habe mich nochmal bekommen. Jetzt habe ich einen Eisenhelm. Oh, und ich habe mein Eisenschwert. Oh nein, aber nur zwei Herzen. Kill mich bitte nicht. Ich helfe dir, warte. Komm mal. Wo bist du? Ich habe den einen abgeschossen da hinten. Ja. Ach, da bist du. Ja. Moin. Warte, ich brauche mal schnell einen Goldapfel. Pass auf, da kommt ein Gelber von rechts. Ein Gelber von rechts. Kommt mal, mein Schwert, der brennt. Nice. Warte mal. Ich hole mir... Was? Er ist da auch nicht okay. Ich hole mir schnell goldene Äpfel. Ich habe mein Schwert auch verzaubert. Da kommen zwei, da kommen zwei. Ich habe nur Schärfe und Rückstoß drauf bekommen. Mist. Aber immerhin Schärfe, das ist auch gut. Ja. Und ich habe ihn auch getötet. Ich habe jetzt Eisenschuhe. Jetzt habe ich Schärfe zwei auf meinem Eisenschwert. Jetzt gehe ich rauf da. Jetzt hole ich sie mir. Rauf da. Oh, hinter uns, hinter uns. Echt? Ja, ich habe gerade irgendwie voll Schaden bekommen. Und da habe ich ihn auch bekommen. Ah, eine Halbherzen. Meine Güte, die sind aber auch stark hier alle. Das gibt es ja gar nicht. Da sind Blau in der Mitte. Hinter uns, hinter uns. Oh, wir müssen wegkommen. Wir werden bombardiert. Ich laufe einfach in irgendeine Richtung. Ich weiß gerade nicht, ob das schlau ist, wo ich hinten laufe. Doch, ich bin hinter dir. Komm. Wir bleiben zusammen. Das ist gut. So, ich bin direkt hinter dir. Kommt da jemand. Links ist einer aus unserem Team. Da ist einer aus dem Grün. Von links werden wir abgeschossen. Echt? Ja, von da. Ach, da ist ein Blauer, oder? Genau, da ist ein Blauer. Den sollten wir uns vorknüpfen. So, da ist ja auch die blaue Basis. Richtig, da müssen wir ein wenig aufpassen. Also einen töten und dann schnell weg da. Ja, ich habe Power und Punch auf meinen Bogen, deswegen kann ich die gut abhalten. Ja. Wo ist er hin? Hier war doch eben noch jemand. Der war doch hier noch. Hier war doch noch jemand. Ah, da vorne. Da ist einer. Da vorne. Ach, den meinst du? Ich habe auf jemand anderes geschaut. Und da ist er down. Eisenhose. Achtung, von hinten, von hinten. Oh, oh, oh. Guck mal, guck mal, wie ich Equip bin. Oh ja, stimmt. Du hast schon mal die Hose. Das ist gut. Oh, habe ihn. Okay, perfekt. Team Blau hat auch keine Herzen mehr. Oh, ich dachte jetzt, du wärst ein Gegner. So, dann. Team Rot hat nur noch ein Herz. Ah, perfekt, perfekt. Wir können mal langsam in die Mitte gehen, würde ich sagen. Ja, ich verzauber mein Schwert noch mal ein wenig. Ich glaube, es bringt aber wirklich mehr, das Schwert richtig krass zu verzaubern. So, deswegen. Guck mal, der Blaue, wenn wir, Achtung, der ist ein Blauer, genau. Wenn wir, wenn wir den raushauen. Guck mal, Flammen auf den Bogen. Und Ei, äh, dir. Ne, warte mal, was ist das für ein Brustpanzer? Eisenbrustpanzer. So, und jetzt. Oh, Mann, ich, ich gehe rauf. Ich gehe auf den Nahkampf. Okay. Da sind zwei rote. Aua. Ich komme zur Hilfe. Ja. Ah, da macht ihr es. Boots, ich habe ihn. Oh, da hat er aber gerade das schärfe Zweischwert richtig reingehauen. Finaler Schlag. Ich habe Fire Aspect 2 und Sharpness 1 und Power 1, Punch 2 und Flamme 1 auf den Bogen. Ja, das klingt auch gut. Guck mal, da sind die letzten von Blau, glaube ich. Dann, weg mit euch. Oh, Mann. Yo, ich habe jetzt auch übrigens Flamme auf meinem Schwert. Okay, der eine sollte jetzt jeden Moment down sein. Den anderen, den hole ich mir sonst. Komm, bleib doch stehen. Oh, der versucht wegzurennen. Ja. Und weiter down. Habe ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn bekommen. GG. Ja, du hast ihn bekommen. Oder Alpha. Fairplay habe ich auch noch als ich hier für ihn bekommen. Ja, super. Ja, das war schon mal eine spannende erste Runde. Ich würde sagen, wir hängen noch mal eine zweite hinten ran. Und weiter geht's. Ich habe natürlich keine Truhe zu bekommen. Egal, ich laufe nach hinten weg. Das ist Klassiker. Das sind genug. Das sind genug. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ja, die kommen ja auch wieder. Genau. So, wir sind diesmal Team Rot, ne? Genau, genau. Das ist wichtig. Team Rot für den Tod. Dann schaue ich mal, ob ich mir vielleicht, dass ich mir die ersten hier vorknüpfen kann. Mist, ich komme noch nicht an die Truhe ran. Wie komme ich denn hier in das Haus rein? Wie komme ich denn hier rein in die gute Stube? Ah ja, hier entlang. Zack, zack, zack. Und zack. Okay, ich laufe ein wenig wieder am Rand entlang. Ich gehe nicht direkt in die Mitte. Nein, ich wurde getroffen. Also, ich bin tot. Schade. Da ist einer aus meinem Team. Oh, das war... Und da bist du... Oh, das war... Ich werde wieder... Ich mache hier eine gute Vorlage vielleicht, obwohl du hast nur ein Goldschwert. Das könnte knapp für dich werden. Nein, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich brauche erstmal vernünftige Ausrüstung. Es hat keinen Sinn damit, mit einem Goldschwert drauf zu gehen, wenn die anderen zumindest eine Brustbremse haben. Ja, irgendwie mit einem Goldschwert, da ist man echt, glaube ich... Ja, da ist man nicht so gut dran. Ja. So. Da, deswegen habe ich auch erstmal jetzt ein Steinschwert hier. Aber wenn man dann so langsam die Standardausrüstung hat, so Steinschwert, den Bogen, den Brustpanzer, dann kann man auf jeden Fall schon mal aktiv drauf gehen und auch versuchen, die ein oder andere Verzerrung zu bekommen. Aktiv! 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 Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, er hat mich geholt. Ich habe ihn nicht gesehen. Obwohl ich aktiv bin. Aber was mache ich denn hier? Aktiv! Oh, da ist einer, da ist einer. Verschieße ich meine Pfeile und töte die nicht mal. Verdammt! Aktiv, mein Gott. Oh, unser Team ist ganz weit, ist das letzte Team. Guck mal, wir sind hinten, ne? Mit 15 Herzen. Was? Da kommt schon wieder einer. Er will mich abstauben. Er hat mich abgestaubt. Mann. Okay, was mache ich da mal? Wir müssen, wir müssen, glaube ich, jetzt echt Gas geben. Also, es sieht nicht so gut für uns aus, glaube ich. Gar nicht gut. Man, hier sind die, die kommen auch immer so als Haufen direkt an. Ja, genau. In der Mitte plötzlich sind da fünf Grüne. Ich komme jetzt auch mal zu fünft. Ja, du bist doch die One-Man-Army hier. Genau. Du brauchst doch gar kein Team. Ach, die sind aber wirklich teilweise da. Für dich bauen wir bald so ein Team ein, das nur aus einer Person besteht. Du hast dann auch nur zwei Herzen, so, für die ganze Runde. Dass es auch fair ist. Genau. Du musst ja auch fair sein, irgendwo. Es muss fair sein. Fair Play. Ich bin gerade in der blauen Abteilung. Und ich bin hinter dir. Oder, ja, jetzt komm. Ich freue mich hin. Jawohl. Da habe ich ihn. Sehr schön. Da ist noch ein anderer. Und der hat ein verzaubertes Schwert. Aufpassen. Nein. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Hinter uns. Hinter uns. Habe ich das Schwert. Halt ihn auf Abstand. Sehr schön. Nice. Okay. Ich weiß gar nicht, was er auf dem Schwert hat. Das liegt noch hier rum. Was war drauf? Kannst du mal gucken? Er hatte Schadness drauf. Okay, cool. Das habe ich mir jetzt gegönnt. Oh. Da kriege ich glatt einen Pfeil ab. Aber wir beide. Soll er down sein? Nein. Ah Mist. Ja, der braucht nicht mehr viel. Den bekommen wir noch. Nein. Oder auch nicht. Ich bin jetzt um die Ecke. Ja, hier kann man halt sich schnell in Sicherheit bringen. Da hast du recht. Und da ist in dein Haus gerannt. Oh, den bekommen wir jetzt aber. Oh, hier liegen goldene Äpfel rum. Das finde ich natürlich klasse. Da hört noch einer. Oh, wie viel hier rumliegt in dem Haus? Oh Mist. Und jetzt laufen wir natürlich weg. Man kann irgendwie alles nicht aufheben, oder? Warum liegt das? Ich glaube, man kann nur die Teamsachen aufheben. Kann das sein? Nein, hinter mir. Er hat nur ein Goldschwert. Er hat nur ein Goldschwert. Und trotzdem, ich habe nicht mehr viele Herzen gehabt. Dankeschön für die Rettung. Kein Ding. Ich glaube, ich verzauber mal. Hab ich auch gemacht. So, jetzt. Verbrennung auf dem Eisenschwert. Hilfe, da ist er noch. Ach, das ist er noch aus unserem Team. Ja. Okay, wir sind diesmal in der Mitte hier. Team Rot. Okay, jetzt. Oh, wir haben nur noch vier Herzen. Wie kann das denn angehen? Was? Wie kann das denn gehen? Okay, jetzt nicht mehr sterben. Ja, ich probiere auch einfach die Mega-Rüstung zu bekommen, selbst dann. Man kann ja auch das Ganze noch gewinnen, auch wenn man... Oh Gott. Ich bin gestorben. Nein. Nein, Mist. Oh Gott. Bist du draußen? Nein, wir haben noch drei Herzen, aber trotzdem. Ich hatte gerade eine gute Rüstung eigentlich. Oh Mist. Du kannst auch zu mir kommen, weil ich habe eigentlich wirklich... Ich bin in der Mitte, ich weiß nicht. Ich komme dann zu dir, weil ich habe wirklich richtig gutes Equipment. Ich bin... Warte, ich komme jetzt Richtung Mitte. Und dann versuche ich uns noch ein bisschen zu verteidigen. Ja, ich muss halt dringend auch mal wieder ein paar Kills machen, damit ich ein Eisenschwert oder so bekomme. Warte mal, kann ich dir was abgeben? Ich habe ein verzauberter Schwert. Warte, ein verzauberter Steinschwert hier. Das droppe ich dir mal. Da ist es. Du musst dein Steinschwert genau wegschmeißen. Oh Gott. Die Creeper kommen. Unser Team, wir sind hier alle aus dem Team Rot in der Mitte. Ja, ich sehe schon. Und wir werden voll abgeschossen von allen Seiten. Oh, da haben wir mal einen Creeper. Ich gehe mal eben hier auf Team Gelb so ein wenig. Oh, da habe ich ihn mit dem Creeper-Pfeil bekommen. Ja, habe ich gesehen. Sehr schön. Nice. Freut mich. So, ich kann... Warte mal, kann ich dir Gold-Apfel geben? Nee. Oh, pass auf! Kann man nicht auf... Wow! Und... Kommt da jemand? Da ist einer im Haus. Komm noch her, du Gelber. Komm noch her. Da ist ein Baumstamm. Das sind zwei Gelbe, drei Gelbe. Ach, ich bin bei denen in der Basis. Hilfe! Weg da! Ich schieße den Creeper rein. Ist das was? Ja, die haben noch Spawn-Schutz. Teilweise. Nicht alle. Treffer. Treffer. Müssen die direkt... Wir spawn-trappen die hier quasi. Ja. Müssen die nur alle einmal umbringen. Ich hab einen. Okay, sehr schön. Okay, wir dürfen nicht mehr sterben. Wenn wir jetzt... Also doch, noch... Jetzt dürfen wir nicht mehr sterben. Oh, hinter uns. Ja, hol... Komm, wir müssen den irgendwie raushauen. Jawohl. Sehr schön. Der hat den Eisenschwert. Die haben Eisenschwert verzaubert. Hinter uns. Weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, sonst sind wir gleich... Äh, sonst sind wir gleich staunt. Ja, ich geh... Komm, wir laufen wenig weg. Wir laufen wenig... Wir dürfen nicht mehr sterben. Pass auf. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, weia. Ganz weit weg. Der Kuhne kommt da schon. Nach rechts ablaufen. Nach rechts. Alles cool, alles cool. Genau, ich schneid ihm den Weg ab so ein wenig. Den haben wir, den haben wir. Der rennt gerade. So, ich hab zwei Treffer ihm gegeben. Okay, ich geh jetzt rechts. Ich geh so rechts. Und... Und, wo ist er? Ist er im Haus? Ja, er ist oben. Hust du den, oder? Ja, ich hab ihn. Komm mal hoch. Komm mal hoch in das Haus. Okay, ich komm jetzt auch rein. Kannst du die Treppe hochlaufen? Ja, ich bin auf dem Weg. Bist du im gleichen Haus? Ich glaub, du bist gleich im gleichen... Doch, hier. Hallo. Komm mal schnell hier hoch. Wir müssen mal in Ruhe. Ich muss mich kurz mal sortieren. Denn... Ich hab... Okay, ich hab Rückstoß auf... Da ist einer unten. Da ist einer unten, ne? So, ich hab noch Goldäpfel. Ich hab fünf Level. Meine Güte. Ich hab auch vier. Ich könnte mal wieder in die Mitte. Ich müsste eigentlich in die Mitte. Und mal so richtig verzaubern. Kaum machen wir's, oder? Oh, warte. Soll ich mir mal Creeper... Ich hol mir mal Creeper. Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Aufpassen. Aufpassen. Wie, nee. Ich kauf mir... Guck mal, aber die anderen Teams haben... Die anderen Teams haben bis auf Team Blau... Alle null Herzen. Das ist gut. Wir können das nur rumreißen hier. Ich muss nur mal in die Mitte kommen. Ich hab auch Creeper-File. Komm. Den holen wir uns. Oh, ja. Oh, nein. Hinter uns. Hinter uns? Ich wurde getroffen. Ich bin runtergehauen worden. Er ist da oben. Er ist da oben. Er ist da oben deswegen. Hä? Bist du runtergesprungen eben? Nee, ich wurde runtergeschlagen. Ja, genau. Ich auch. Boah, das ist voll gefährlich hier. Jetzt wird es auch noch dunkel. Boah, es ist volle Atmosphäre hier gerade. Und komm, Creeper. Gib ihn. Aber das Schöne ist, aus unserem Team... Guck mal, wir sind hier im Team Rot und wir laufen hier gerade... Oh Gott. Schnell goldenen Äpfel kaufen. Schade. Ich hab gedacht, dass der Creeper den bekommt. Okay, ich würde sagen, wir können jetzt in die Mitte gehen. Dann kannst du entschaden. Ja. Warte. Da vorne läuft einer. Komm, ich verzauber. Jawohl. Ich hab ein richtig gutes Schwert. Schärfe, Rückstoß und Verbrennung. Was? Komm hinter dir, Creeper, Creeper, Creeper. Nein, aufpassen. Oh Gott. Hohoho. Das war eine knappe Angelegenheit. Mein Creeper macht... Komm, ich hab auch noch Creeper-Pfeile. Komm, komm, komm. Ah, Mist. Aber die laufen ihm hinterher so ein wenig. Das war knapp. Das war richtig knapp. Bist du hinter mir? Oh, wie die Creeper, die alle hinterher... Ja, komm schon. Aber solange er springen kann. Davor, davor, davor. Schade, nein. Er rechnet halt damit, ne? Ja. Auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach. Oh, er hat aber richtig Schaden bekommen. So, er ist tot, er ist tot. Okay. Dein ist ja auch hinterm Haus, genau. Davor, dann sehe ich noch einen. Ich hab dich jetzt ein wenig aus den Augen verloren. Ich geh jetzt einfach auf den... Ich war direkt hinter dir. Geh auf den, wo... Ich geh auf Engel-Grün. Genau, ich bin auch hinter dir jetzt gerade. Ein bisschen weiter, aber egal. Den sollst du ja bekommen. Oh, nein. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn bekomme. War er gerade so... Warte, ich kann ihn jetzt den Weg abschreien. Ich hab ihn nochmal mit dem Bogen getroffen. Jetzt hab ich den... Ja, ich hab ihn so ein wenig verloren. Doch, ich sollte ihn gleich den Weg abschneiden können. Er macht schon einen starken Umweg. Ich glaube, das schaffst du nicht. Doch, da. Und... Oh, da kommst du einfach um die Ecke und haust ihn weg. Ich hab noch nicht mal ein Eisenteil. Ich muss mal schnell... Ich hab halt kein Glück mehr mit den Gegnern. Die sind alle viel zu schnell. Und weißt du, was ich gerade habe im Inventer? Team Blau wurde vernichtet. Die sind komplett raus. Okay. Nee, weiß ich nicht. Sag mal. Diamantenschwert? Nee. Oh, die Flower Power. Nee, wie heißt das? Die Aerogun. Die Aerogun. Warte mal. Und den kann ich jetzt direkt mal testen. Bei dem einen. Aber der hat... Der hat Eisen. Deswegen soll ich wieder echt vorsichtig sein. Goldäpfel kaufen. Ja. Dann drauf da. So. Wo ist er? Versteckt sich, glaube ich. Ah, da ist er nicht. Hä, wo ist er hin? Der Kompass. So, wir haben einen Kompass. Oh Mann. Hab ich ganz vergessen. Ah, ja, stimmt. So, dein Haus... Aber der zeigt dich gerade an. Ah, okay. Aber der ist hier rechts im Haus. So, da. Oh, oh, war ja. Oh, er hat auf jeden Fall einen guten Bogen. Oh, er hat einen krassen Bogen. Ich muss weg hier kurz. Alter, der hat einen guten Bogen. Verzieh dich, verzieh dich ruhig. Kein Problem. Ich kann... Warum kann ich gerade keinen goldenen Apfel essen? Alter, zwei Herzen, oder? Muss ich runterschießen. Dann treff ich ihn nicht. Oh, da. Da hab ich ihn getroffen. Okay, nice. Ja, Alter. Ich kann hier mit meinem Equipment gar nicht mehr mitreden. Ist das krass hier gerade. Geh auch... Geh ruhig zurück, wenn das zu hektisch wird. Ne, dann... Ne, ich bin hinter dir, ne? ...sterben. Okay. Da oben ist auch noch einer. Guck mal, da oben. Da oben rechts. Ich hab ihn einmal getroffen. Komm, wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Obwohl, na, das... Ist gefährlich. Ist sehr gefährlich. Was machen wir jetzt? Oh, ich hab ihn, glaub ich, gut getroffen. Er brennt, er brennt, er brennt, er brennt. Achtung, hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Lauf weiter, lauf weiter. Immer in Bewegung bleiben. Da ist er, ne? Da ist er. Da hab ich ihn. Er kann nicht mehr viel haben. Mit seiner Rüstung kann er nicht mehr viel haben. Ja, ich probier mal rauf zu gehen. Ah, schade, schade. Den kriegen wir. Ah, ein genitter Versuch. Oh nein. Nein. Er kann auch nicht mehr so viel hier halten. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ach da. Ja, ich hab ihn einmal getroffen. Aber pass auf, er kriegt mich, er kriegt mich, wenn ich jetzt nicht weglaufe. Renn weg, renn weg, renn weg. Boah, eineinhalb Herzen. Renn einfach weiter, renn einfach weiter. Ja, ich renne so gut ich kann. Okay, der lässt dich in Ruhe. Ja, weil er auch wenig Herzen gerade hat. Er wurde auch richtig gut getroffen. Ich hab ihn mir auch nochmal mit dem Bogen einmal gehittet. Jawohl, noch einen Hit mitgegeben. Ich auch, glaube ich. Okay, dann kann er jetzt wirklich nicht mehr viel haben. Und noch einen Hit. Jawohl, richtig gut. Cooles Equipment, wenn's geht. Alter. Ja, Mann, ich hab einen Brustpanzer, Eisenrüstung, Diamantenschwert mit Rückstoß. Diamantenschwert? Ja. Oha, wann bekommt man das? Ähm, ja, auch wenn man halt viele Kills macht. Du dürftest auch bald noch eins bekommen, wenn du so weitermachst. Okay, ja, das wird gar nicht mehr gehen. Genau, wir sind nicht mehr gestorben. Das ist ziemlich gut. Ja, und das obwohl wir wirklich so früh schon keine Herzen mehr hatten. Wir waren ja das erste Team, das raus war. So, und jetzt den noch. Leider hab ich keinen so guten Bogen, aber egal. Der soll jetzt down sein. Der hat halt keine gute Rüstung. Der lädt gar nicht mehr. Ja, ich lauf mal rüber. So, irgendwo in diese Richtung. Okay, ich bin genau unter ihm. Oh nein, er versucht mich halt abzuschießen. Ich hab ihn nochmal getroffen. Ah, das ist jetzt ein bisschen mies, was du da machst, weil wir kommen nicht an ihn dran. Doch. Ja, stimmt, okay. Ich bin gleich oben bei ihm. Okay, der hat aber nur Lederrüstung, ne? Wer denkt das? Er springt runter, warum macht er das? Er haut ab, er ist einfach von... Oh nee, er ist runtergesprungen. Er läuft jetzt unten lang. Ich bin auch da. Ich hab ihn. Oh, sehr schön. Gut geschützt hab ich noch bekommen. Da hast du ihn mal getroffen. Als ich hielt, meinst. Sehr schön. Ja, krass. Das waren zwei richtig actionreiche Runden. Ich hoffe mal, dass sie euch gefallen haben. Wir werden jetzt noch für Petskanal natürlich auch was aufnehmen. Das heißt, wenn ihr noch nicht genug habt, schaut dort auch auf jeden Fall vorbei. Er ist unten in der Beschreibung verlinkt. Krass. Das waren meine krassesten Runden mein Wort bis jetzt. Gerade die zweite. Also besonders, dass wir das so geklissen haben. Ja. Mit dem wir null Herzen hatten. Also ich hätt nicht damit gerechnet. Sorry, aber... Ja, und ich bin auch richtig oft noch so ganz knapp dem Tod entkommen und so. Das war echt actionreich. Und ich denke mal, dass das echt eine gute Runde war. Ja, Leute. Dann haut rein. Und tschö mit Ö. Bis zum nächsten Video. Ciao.